Würdest du nicht auch manchmal gerne wissen, wann was als nächstes passiert? Meinst du in der Zukunft? Es gibt eine Möglichkeit, das alles zu stoppen, wenn ich den Anfang stoppe. Die Frage ist nur, wann ist der Anfang? Du willst doch endlich Antworten haben. Vielleicht ist deine Rolle in einem Ding viel größer, als du denkst. Wer bist du wirklich? Wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen?